und die videos kannst du mir gar nicht glauben ja ja wir haben ich hatte ein abonnenten ok aber die durchschnittlich 20 euro nicht schlecht hallo herzlich willkommen zu einem weiteren video kanal heute spielen wir mal wieder eine weitere folge lucky also ist nicht lucky lud als so ein teil und zwar für diesen mit dem band 21 0 1 oder ben halt wir spielen mal dieses mal mal spielen dieses mal mein also mit dem spieler wird wie immer gegeneinander aber so derjenige der derjenige der wenig gesammelt hat er kriegt meistens du plus nuller lucky block mit paar anderen sachen derjenige der werden gesagt gesammelt hat kriegt nur plus 80 lucky block und viel mehr und derjenige also derjenige der mehr eisen gefahren hat der kriegt natürlich der krieg die siegertruhe du nimmst hier mal hier deine sachen schon mal hier aus der truhe und dann würde ich sagen fangen wir dann an zu fahren am besten gehst du dir dann runter und du hast dass die das die truhe also ich dachte mir einfach reichen einlegen okay aber knapp war aber knapp das hier ist mein eisen ja okay die leute er hat dann gewonnen wird auch schlecht im pvp und er legt kannst du mal deine feile und so ein lehrer auslegen die spitz du darfst du darfst jetzt alles rausnehmen von dir außer das essen und dein deine sagt mops gebekommenen sachen die block gebraten schweine ok kommt schon bis zum feld ah das ist doch nichts gutes golde karotten das letztlich gut und braun und das wird nämlich mal mit ich habe ich habe eine pyramide in der pyramide okay ich habe jetzt jemand mit spitzenden baut man das weite bei uns denn ab lucky villager dann wir weiter oh ja elfe tech damage den baue ich mein besten irgendwie ein oder so ja so wenn ich jetzt diamanten bekommen dann gewinne ich naja das war zwei miteinander lucky lucky ball bekommen okay ich habe eisen kann ich einen langen wohnen danke da lucky wolf natürlich ich habe so viele lucky wölfe und so viel gold ich habe so viel gold gerade sie könnte mir ich könnte mir eventuell wenn ich nach wie gott abgemachen youtube lucky block oh mein gott amos von dem buch schaust böse wölfe die lucky tränkeleich noch mache ich einfach mal rein noch mal bei lucky block ich bin ein bonnet von den ja da möchte ich glaube ich mit enden ich gehe mal mit erde ich wollte ich habe leckt und gerade sehr hoffentlich sind nicht irgendwelche items von die gelöscht worden kürbisse gold äpfel geil und das mit den neuen quad so mit meinen tp addon als gold apfel super ja damit eine reihe aufgehakt die frage dann wie wird passwort ein sieg auf jeden fall mir eine runde ist mir auf jeden fall schon sicher ich habe den klacken die plus 80 block tt raus toll der lucky villager ist tot nein die titel kurz ne aber schon okay die spitze hat da die spitze geduchst du behalten jemals zwischen wort ja ich weiß mal sehen was läuft denn für schicke musik sachen meine musik auch jetzt am besten mann der villager soll daumen ja peter des todes der letzte schicht und das hat hier ein jahri ein gott verdammt schleim gott verdammter schleim und das ist meine hausbeute ich habe kein ich habe keine gute rüstung ich kann höchstens nur weil ich kann höchstens nur da klauen warte mal kurz ausprobieren ich habe die lucky blöcke von ihr bekommen geil sagt rückstoß by the way die lucky blöcke öffne ich noch das voll nutzlos mein schwert hat name doch ich krieg ich krieg feuerscharen eigentlich normalerweise ok ok als heueres also kann ich das ja klar du hast keine rüstung an beide möchtest du doch lieber volle rüstung anziehen warte hast du dich ja ok du hast wirklich eine stärke intus also gerne ich habe keine stärke intus ich weiß deswegen mache ich es ja ok ja ahja schön halt ok ok da hast mir ein bisschen was gezogen ok ok steckt gerade weil ich weiß ich nicht was ich habe ja wohl ok 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 und das ding hat schon hat schon mit hat schon mit die enge schon bei diesen einen das wasser stört nicht ich habe als stärke ich habe jetzt du nimmst ich bin ich bin ich bin wirklich relativ ich bin wirklich relativ low aber ich habe auch verzöberungsbücher gekommen also ich kann ich habe mit etwas glück ein bisschen ich nehme halt so viel schaden muss ich kann nichts machen machen ja ich hab halt auch stärke ich muss das sonnen auf deiner platte ok 1 zu 0 ok bist du hast keine hose mehr ich hab mich selbst getroffen nein ich kann auch nicht sehen ich kann dir aussehen hast du pulsier an ja ich hatte halt Bleibbuch by the way du ziehst mir nichts ab wirklich nichts also hast du Pipo schnitten nein du bist schon sehen oh mein gott sei gespeichert jetzt wenn die wort aus ist ey ich krieg schaden von drei die einfach ich krieg halt meine rüstung ist halt circa das hat doch ungefähr 900 ability von 1200 er meine rüstung ist halt gleich doch dann muss uns bauen danke ja ich habe kein backup ich habe verloren ok ich bin fair und gibt den heißen post ich will dass der kampf länger geht ja ich habe also ja ich habe eine ja ich habe eine vielleicht machen wir dann ja noch mal ein battle ja aus zum beispiel so aus dem die sägen in dem lucky block kasten einfach die ganze zeit ich krieg halt kaum damage ich kann ja mein ganz entspannt noch mein gold doch mal hier so ein lucky boni deine brust ist schon wieder kaputt kriegst du überhaupt noch damage ich war cool ich war cool da habe ich wieder die zweite folge gewonnen ich versuche jetzt einfach mal schnell mit ihnen jetzt mal ein bisschen zwei zeit zu machen und dann versuchen wir uns auszurüsten ich versuche jetzt mal ein backup zu erstellen und ja 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 ja